Was ist das? Was ist das? Ja, jetzt haben wir eine, zwei, drei. Welche Feld? Ich glaube, Bertha fehlt. Komm, gehen wir es suchen. Du gehst dahin und ich schaue da hinten. Ist gut? Okay. Henni, bin ich ruhig für dich? Machst du doch. Komm schnell. Komm schon. Machst du doch. Durch meine Kuh. Kann ich meine Kuh verlassen? Echt meine Kuh? Nein, ich habe keine Kuh gesehen. Wir machen hier eine Sportbiomechanik. Ja, was ist eine Sportbiomechanik genau? Sports Biomechanics contains two worlds. Sports Biomechanics. Biomechanics is the mechanical concepts applied to biology. We call them to fum. And sport is sport. So, Sports Biomechanics mainly goes about kinetics and kinematics of the human beings. The motion of the human body. The joint angles and the forces at the moment acting on the human body. I can show you an example. Okay. Not headphones. Also, robust skin minus one. Cool. Underspiegel. Wo Trent Pühls. Check yourify Dolence evкам. Das ist schwer zu machen. Wirыпier jap EA-Eous-Pol Verse 3. Was bringt das? Wenn man auf einen bestimmten Sport wie Telemax ging, ist es klar, dass die Kraft auf dem Fuß und der Knie Angle sehr wichtig sind. Hier sehen wir die Knie Angle und die Moment in der Knie für dieses Sport-Task. Für die Kraft-Kreinung ist es wichtig, dass die Kraft-Kreiniger in einem anderen Bereich die Bewegung auf dem Knie und der Knie auf dem Knie und der Knie auf dem Knie auf den Knie. Mit verschiedenen Lungen sind es möglich, dass die Kraft-Kreinigungen auf diese Sport-Task adaptieren. Bis zum nächsten Mal. In many sports, the knee is a part of the performance of the athlete. This requires proper workout and strength training of the muscles around the knee. Lunges are not the only exercise, there are many more. To choose the right exercise is the knowledge of the coach and of sports biomechanics, of course. So train hard but smart. Take care. To be continued... Have you finally found it? No, I found it not. Let's look at the Institute for Biomechanics. Let's do it for all of you. Super! Let's do it for all of you. Super! Let's do it for all of you. Mario React Bye-bye! Lunges are at Masongani. And Tune Daddy is a little bit. Check those out. He kept out. Bye-bye. No, he found it. I got it! grading 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 grading. So, then let's get rid of it. Then last week, I'll let you see. Vielen Dank.